An Ummu Salama, an Ummu Salama, Ummu Salama ist eine Frau von Rasulullah s.a.w. gewesen, radiyallahu anha, erzählt sie über Muhammad s.a.w. sagt, yakun uhtilafun an der Mauti Khalifaten, das heißt, da wird gestritten, wenn ein Khalifa stirbt. Khalifa ist eine Erklärung oder beziehungsweise Andeutung von einem Herrscher. So, wenn ein Khalifa stirbt, Das heißt, ein Mann wird aus Medina flüchten Richtung Mekka. Da werden die Leute von Mekka, die Mekkaner werden ihn treffen und sie werden ihre Eidesschuhe leisten bei ihm zwischen Al-Rukne und Maqam. Maqam Ibrahim, s.a.w. das ist ein paar Meter weit von Mekka, von Kaaba. Dort wird er stehen und dort werden die Menschen ihre Hände zu ihm einreichen. Imam Mahdi, s.a.w. Und dann kommt ein Mann, ne, hier nochmal, Sie werden ihn ausreiben, diesen Mann, also zwangsmäßig, Das heißt, mit Zwang werden sie ihm Eidesschwur leisten bei dem Rukne und Maqam. Da werden von Damaskus jemanden geschickt, beziehungsweise eine Armee, die diesen Mann verfolgen werden, also um diesen Mann umzubringen und seine Anhänger. Das heißt, die Erde wird dann nachher sich spalten und dann diese Armee versenkt sich in dieses Loch. Das ist nicht passiert, seitdem Mekka und Medina gekommen ist, ist nicht passiert. Und niemand hat ihn verfolgt, weil er nie in Medina war oder in Mekka. Das ist nicht passiert, weil er die Leute von Damaaskus ist. Beziehungsweise treue Schwur geben sie ihn zu Imam Mahdi, salamallah alayhim. Und dann kommt ein Mann von Quraysh, von Familie Kel. Das ist eine bekannte Familie. Fa-yabu'atul ilayhum ba'tam fa-yadharuna alayhim. Das heißt, er wird von mehreren Personen verfolgt. Da von dieser Familie kommt auch jemand und dann schickt er auch dahin seine Leute, damit sie ihn umbringen. Oder diesen Menschen umbringen. Ba'tum ilayhum, aber die werden besiegt werden. Das heißt, sie werden verlieren. Wa dalika ba'tu kelbin wal khaybata liman lam yashhad ranimata kelbin. Fa-yaxum ul-maa wa ya'mal, also das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wie das verteilt wird, die Beute und so weiter. So. Kenaida anti-shara sabatu tatbirkach kamen hier. Das heißt, er wird sich befestigen und er wird sich, also Mahdi, salamallah alayhim. Er wird diesen Menschen besiegen und er wird sich durchsetzen und er wird das schaffen zu herrschen. Und nicht sterben. Vielleicht wissen die auch alle, wo er gestorben ist, diese Misa. Sie haben das verleugnet, dass er in der Toilette gestorben ist. Aber ich habe nachvollzogen, dass es eine Lüge, dass er im Vinci gestorben ist. Das ist wirklich eine Lüge. Die Muslimen haben das falsch interpretiert. Die Toilette wurde zu ihm hingebracht. Als er im Sterbebett lag, er konnte nicht mehr auf die Toilette durch seinen Durchfall, brachte seine Frau die Toilette zu ihm. Das heißt, wenn man sagt, er ist in der Toilette gestorben, man darf das nicht sagen. Man soll sagen, sein Zimmer ist zur Toilette umgewandelt worden und dann ist er gestorben. Das heißt, er ist doch in der Toilette gestorben, aber wir lügen, wenn wir das sagen. Also nicht dort, wo man hingeht, sondern die Toilette ist zu ihm gekommen und dann ist er dort gestorben, weil er nicht mehr stehen konnte. Das steht in einem Buch von seinem Sohn, bzw. seinem Sohn, der Mirza Bashir Ahmad, Hayatul Mahdi, wie das heißt, auf jeden Fall, damit ich nicht lüge, wir werden nachher gucken, wo das steht, aber ich sage ungefähr, das steht in dem Lied von Mirza, dass er an diesem Tag hundertmal auf die Toilette gehen musste. Durch einen Durchfall. Was war das? Cholera. Das war eine Krankheit in Indien. Und das traf ihn. So, das sehen wir, inshallah, damit sie nicht sagen, Hamza lügt, das heißt, ich mache so einen Blip und es steht Hamza lügt unten. Ja klar, ich lüge, wenn ich euch nicht zeige, wo das steht, das ist eine Lüge. Aber jetzt, heute werden die Ahmadis das sehen. Alle werden sehen, wo was steht. Viele Ahmadis wissen das nicht. Übrigens, viele von denen dürfen das auch nicht wissen. Und ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie rechtfert, hat diese intelligenten Menschen, die diese Gruppe angenommen haben oder sich zu dieser Gruppe angeschlossen haben, mit der Hoffnung, dass sie zu einer Erlösung kommen. Aber wenn Sie sehen, dass das wirklich alles Spielkram ist, dass er alles nicht zugestroffen hat, was er prophezeit hat, und wie das alles gelaufen ist, was das für eine Person gewesen ist, der hat mit denen gespielt, als ob er hier Tischfußball gespielt hätte. Echt? Der hat diesen Menschen so ausgenutzt. Ich kann das wirklich nicht fassen, wie konnte man diesem Menschen folgen damals. Obwohl er uns so oft gelogen hat, so oft die Menschen angegriffen hat. Der wurde eingesperrt. Der wurde gezogen zu einem Gericht, weil er eine verheiratete Frau bedächtigte. Das soll ein Mahdi und das soll ein Prophet gewesen sein. Aber es kommt die Zeit. Auf jeden Fall, hier steht die Erklärung davon, wie das alles passieren wird. Jetzt gucken wir, ob das zustimmt. Ob das zustimmt, zu dem, wir haben die Beschreibung gesehen. Es gibt noch ein Hadith, ein schöner Hadith. Er sagt, der Mahdi, salamallah aleyhi, wenn du ihn anguckst, sieht wie ein leuchtender Stern aus. Leuchtender Stern. Seine Zähne sind perlweiß. Seine Augen sind schwarz und groß. Die Beschreibung von Muhammad, salamallah aleyhi, und er sagt, wer mich vermisst, in dieser Zeit soll sich Imam Mahdi, salamallah aleyhi, angucken. Denn er ist ihr gleich. so lasst euch nicht erschrecken ob muhammad wirklich so ausgesehen hat jetzt gucken wir die bilder von mir sagt bitteschön hat die muhammad so ausgesehen also hier sehen wir seine augen groß richtig schön man kann unterscheiden zwischen schwarz und weiß guck mal das auge hier ist kaputt den mund als ob er wirklich ein ei gehabt hätte das zwischen die lippen und schielt also wenn man genau der schild die augen die die treffen sich so die augenbrauen muhammad sagt sind richtig schön gebogen rund und die nase von imam mahali das hat auch nicht gelesen ist etwas länger also eine europäische nase und nicht so ein beutel das ist der mir sagen den wir verpasst haben so er soll aussehen wie zwischen 30 und 40 egal wie alt er wird er wird so aus sie bleiben so